Und noch ein Häppchen. Und noch ein Häppchen. Ich bin ja jetzt schon 42 Jahre alt. 42? Ja, ich bin 42. Du glaubst doch von selbst nicht. Doch! Doch, ich bin 42. Und ich bin neulich mit Rollstuhl durch die Stadt gefahren. Daran erinnere ich mich. Ja, und... Da haben die Leute alle gelacht. Und ich weiß ja nicht wieso. Na, weil du den Kartoffelsack an hattest. Ja, ich hatte den Kartoffelsack an. Weil ich mir eben keinen Minirock leisten konnte. Na also du... Ein Minirock hätte dir nicht viel geholfen? Wieso denn? Alle fanden das witzig. Ich fand das witzig. Und... Da haben wir eben gelacht. Weil das ein Kartoffelsack war. Wenn das ein Minirock gewesen wär, was ich anhatte, da hätten sie alle gegrölt und gekrischen. Weil ich so geil aussehe. Jawohl! Du geil! Hör doch mal auf! Ja! Ja, jawohl! Geil seh ich aus! Und alle sind sie vernarrt in mich! Und das wär was gewesen! Und... Mensch! Scheiße meine Suppe! Guck mal, du altes Arschloch! Oh! Na! Das tut mir jetzt aber leid! Das mit dem Arschloch meine ich! Ich weiß ja nicht, was über mich gekommen ist! Du kannst... Du kannst... Also... Mach doch erstmal die Sauerei sauber! Und... Dann hol deine Tabletten! Und dann nimmst du eine! Ja! Vielleicht mach ich das! Dann beruhige ich mich wieder! Und... Dann kaufe ich mir einen Minirock! Und dann versuche ich den doch mal mit der Rollschuhe! Ja, ganz genau! Das mach ich! Ach du meine Güte! Also mit dem Kartoffelsack sah sie bestimmt besser aus!